die jahre herz ist wie können zurück hier zu umreißen 3 3 mit meinem Kasten Kurs wir wollen heute weiter mit der Red Meta Rüstung denn die sind nicht in der Wupp zu upgraden immer kurz bisschen Red Meta mit Ewen Betta Meta das Zeug jetzt in den Uso Kuhle Kondomi und jetzt zu uns besser sind die gleiche Red wir sind blieb Red und die Gemma Moria mal ist geiles die Eil zu er weniger gut würde mich so machen oder je oder je und schüttchen Kuhn mag das so und das nächste ist die Gemma Amor gem zu den kleinen stars das könnte schon mal eine herausforderung werden war was haben wir noch an ihrem cda sind redmetter warum wir für irgendwas ist das immer alles außer den kleinsten sondern hans wort fack ist das ding teuer wort und für unseren haben warm im packen modernen erhält richtig viel im c dann brauchen wir so lieben ok wird das mit das mit dann brauchen wir den hell mit dazu bringen unter ihnen ist und da da das sollte kein problem sind genau das wasser modelt und auch wenn man die wasser quelle ups draußen ö 5 so 3 4 5 aus und jetzt können wir uns das wasser amulett bauen dem können wir unendlich wasser platzieren ziemlich cool das wird auch beim kraft nicht aufgebraucht so haben wir mal die zwei komponenten für den helm komponenten dann geht es weiter mit der brust die brust die brust braucht das Lava Amulett genau das haben wir schon vorbereitet 3 2 3 4 4 6 6 Lava Amulett genau Amulett dann brauchen wir noch in irgendwas alles zucker oder zucker kane 1 2 3 4 5 6 ok es heilt hunger oder bringt humor zurück wie immer dann geht es weiter mit dem hüschen mit dem watch of flowing time genau das black hole band das sollte kein problem sein mit dem Lava Eimer oder dem Lava Ding genau das kann man immer in jedem crafting rezept statt dem Lava Eimer verwenden ziemlich cool das ist das da haben wir String oh jetzt haben wir gleich String Pulverizer mach mir Wolle äh String Wolle haben wir Dank unserem Red Cut haben wir genug Wolle String genau da haben wir ein Black Hole Band Black Hole Band und die Watch of Flowing Time oder wie das Ding heißt und wird die nochmal gern so eine Dark Matter Obsidian ok wir craften es nochmal so eine weil ich würde gerne meine behalten die finde ich ziemlich cool die Watch äh die Watch fehlt die Clock soll nicht die Watch wenn sie noch Dark Matter im System Dark Meta ok gut haben wir die auch fertig und die Boots das ist das Swift Wolfs Ding das haben wir doch als Quest Rewards nicht mehr bekommen Swift Wolfs Rendering irgendwas stimmt das so brauchen wir nur noch so wow die habe ich mir wesentlich billiger vorgestellt so dann hätte ich gern sowas es fehlen uns Federn not so awesome Hühnchen oh dann haben wir gar keine Federn mehr jetzt lustig wo sind die Hühnchen ich packe mal kurz mein altes Lootin Schwert aus Lootin 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 dann geh mal Hühnchen wo sind die Hühner wenn man sie mal braucht so ein Schaf deine Hühner gut mmmm Hühnchen Hühnchen wir brauchen Hühnchen 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 ist fast so schlimm wie ähm na Ende 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 ist fast genauso schlimm Hühnchen jetzt ernsthaft kein einziges Huhn really ich sag das oh das Banden AMC wo ja wenn er ist und sind wir nicht ja cool es gibt Hühnchen in die Integration sehr cool ist ist awesome ich bin ich schon über 50 Hühner hinweg geflogen die schreiben mich in den Kommentaren schon an da war die Hühnchen hm ähm 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 hat sie jetzt extra den Hühnchen's bauen für mich abgestellt ernsthaft dann mache ich sie auf die teurere Variante nehmen rn c gut der fall hat sich dann auch erledigt weil dies bei heimfliegen und finden nämlich natürlich mit dementsprechend schlecht aus genau gut dann gehen wir mal darüber ging das in die kopierkiste so teuer war das andere ding holy shitballs das auch mal weg im 10 dann wieder mal den kleinster Omega da rein liegen dann sehen wir mit wenig ansatzweise genug haben genau gut das ist es in die kiste unten rein falls ihr jemals zu dieser rüstung upgraden sollten also jemals genug von den Omega dingen herbekommen sollten ich kann doch bis auf einzelnen steckt noch mal reinschmeißen rausschust du weh ich bin da mit der russi leid oder dem nicht egal wird das bin ich gar nix was sage ich bewegt sich nicht mal holy shitballs roly moly wir haben das dass ich euch so ein halbes deckt ein nichts passiert es den leder cubes genau nether cube hyper cube das ist doch schon ein bisschen was wert aber nicht viel 1 2 3 einer fehlt uns noch locker noch ein stack nether stars nether star ich bin der star aus dem nether da fehlt noch ein halber stack ist echt so lächerlich wie wenig wir jetzt so nether stars im vergleich zum omega ding sind nether ich mag nether cubes wenn man sie geschenkt bekommt du eine quest das mache ich am meisten so habe ich sie am liebsten perfektor meiner liegt ja da drin genau gut bekomme ich nie voll omega ist das wir können sitzen die jammer bauen haste groß sind die dort dort perfekt jammer die anderen sollte jetzt auch wesentlich schneller sein als wir jetzt zurzeit sind das geht schon wieder nicht weil die kein na der ist die haltbarkeit hat jammer ding da swift wolfs irgendwas jetzt dann war die hohe dass die brust war mit dem und dem und dem und dem und das hüßchen das wasser amulett aufgebraucht komisch extrem verloren ich meine sind es noch schnell durch das botanien ding aber sind schon relativ gut unterwegs und werden leidwischen speed und jump boost ich mag die rüste relativ gern ja die ist ziemlich cool ich wechsle aber trotzdem mal gegen meine normale aus mit dieser speed effekt weg ist jeden fall wir haben die jammer die rüste sind jetzt quasi fertig oder naja jetzt aus die quest sie mein mit dem option ihr fertig manchmal schon mal kurz mein ein screenshot wird es gehört vor so irgendwie meister ist eben sie oder so in der richtung dann findet es ich habe immer noch keine brix oder briggs 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 so in die man guter effekt die wir um ganz schnellere rüstung egal wir brauchen okay wir brauchen eine menge kling wird ich keine magneten da fehlt mir hier rüttkata schon ausgeräumt flieg kundin dünn 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 sich gelten roto nun matt 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 in der richtung m die jahre in die nie mehr r r auch schon leer gefarmt schlecht gut davon ist noch wasser rät kato und doch bei Schafe Ups 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 So ein Basin Okay Das war gar nicht so wie wir ganz am Anfang waren, oder? Ja, genau Ist das noch vielleicht irgendwas, ne? Nicht mal mehr, ist viel Sand Ha Kriegen jetzt Klee hier Klee Klee, 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 Klee Klee, Klee, Klee Ohne Witz, Mann Klee Nur weiß, aber egal Auf der Welt sind echt zu viele Schafe, Mann Schafe, Mann Ich habe das Gefühl, die Welt liegt schon wieder nicht Hm, nicht, nicht, nicht Inwiefern noch so eine Funktion bei den Botanisch werden, so Schüssen oder so Oh, davon das Wasser Please Please Please, Klee Please, Klee Kann ich die Wohin meinen? Ne Ist die nur der Erz Ha Nimmig Klee schaut echt schlecht aus Klee Klee Ha Really S-S-Salz oder das? Ja Salz Dang it Molle können das in sein komisches Sitz da Klee machen, ne? Mh Klee irgendwie nix das davon schaut auch irgendwie nach salz aus vielleicht verrecken kein klei uns verrecken nicht ein klei oder so ich brauche ein klei die pinion kurz denn wir haben unsere schnelle rüstung dahin vergessen die hätte mir vielleicht die witz echt nützlich geworden ist der meiner fertig stopp reset meine hängt nur dauernd auf schlecht 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 das war so schon mal wie wir das zeug machen sie die in der nächsten folge im sinne danke fürs zuschauen lasst uns da oben da mit sich gefallen hat und bis zum nächsten video